You've got to be fucking kidding me Ich bin insgesamt seit 6 Jahren als selbständiger Lichtdesigner für diverse andere Bands auch noch unterwegs und ja, der Alex hat mir heute ein bisschen über die Schulter geschaut und ihr seht heute so ein Teil von meiner Arbeit wie es tagtäglich auf Tour abläuft ich wünsche ich schütze euch einenassen told Ich bin insgesamt seit 2 Jahren als zweifelten Sch't Seo NSK Wir wissen ön organism premiers Ich arbeite selbst eigentlich nur mit mit POC4 Pulten, also aktuelle Pult von High-End Systems. Das ist auch mein eigenes Pult, das fährt eigentlich auf jeder Tour mit. Ich komme damit am besten klar, ist für mich das System, mit dem ich am schnellsten und effektivsten arbeiten kann. Auf der Bühne verbaut haben wir neben dem Setup, das wir uns örtlich bestellen, halt noch ein Floor-Setup an Lampen, diverse LED-Washes, beleuchtete Buchstabenkästen mit einem Teil vom Kalibanschriftzug und noch ein paar Beam-Lampen. Das ist eigentlich das Floor-Setup, das wir jeden Abend mitnehmen, schön variabel aufbauen können. Und genau, das ist eigentlich das Setup, ziemlich simpel und übersichtlich. Jetzt schon mal! Jetzt schon mal! Jetzt schon mal! Jetzt schon mal! Wir sind ein, wir sind ein, wir sind ein Wir sind ein, wir sind ein, wir sind ein, wir sind ein